Milizsoldaten lernen führen und sie lernen das auf verdammt hohem Niveau und das wird immer wieder unterschätzt. Eine Offiziersausbildung oder Unteroffiziersausbildung ist geprägt von den ganz klassischen selben Inhalten wie Führungsseminare, wie man es in der Privatwirtschaft gezahlt bekommen. Den Unterschied habe ich nicht gemerkt für mich von den Inhalten her. Nur dass beim Bundesheer es noch intensiver und noch weiter geht, nämlich bis in Extremsituationen. Und das, glaube ich, ist ein absoluter Mehrwert, der unbezahlbar ist. Jeder Milizsoldat kann für die Sicherheit der Republik Österreich und damit automatisch für die Sicherheit eines Unternehmens unglaublich viel einbringen. Milizsoldatinnen und Soldaten leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit Österreichs. In Uniform, aber auch in ihren Unternehmen. Gegenseitige Anrechnung militärischer und ziviler Ausbildungen. Akzeptanz der Miliztätigkeit in Unternehmen. Die TÜV Austria Milizzertifizierung.